Das ist schon sehr, sehr anhänglich, dein Mietze, Katzi. Kann man da irgendwas im Wasser finden, weil da Trippen runtergehen? So, wir müssen es mal fixen. So. Oder ist er halt ziemlich anhänglich? Kann man eventuell in die Wasserfälle reinschwimmen? Werf mal das Stück Fleisch aus deiner Tasche, Foxy, das hilft. Hier sind ja auch Piranhas. Hier ist eine Kiste! Endlich zu Hause. Ich habe es geschafft. Schön. Warum sehe ich denn die? Komme ich da jetzt nicht ran. Nee. Ich bald. Kommst du an die Kiste ran, Wallert? Was brauche ich denn jetzt, um dieses Sternmetall einzuschmelzen? Gute Frage. Weil einfach so in die Forge passiert gerade nichts. So. Du blöder Tiger. Hast du nicht los? Ja. Dank dem Wasser. Nee, da komme ich nicht ran. Ich rufe nicht, ist doof. Stahlbarren. Nee. Verlässt der Hexenkönigin. Ja, da ist der Boss drin. Reiseschritt abgeschlossen. Verlässt der Hexenkönigin betreten. Na dann. Meine Ausdauer. Hä? Kann man bestimmt auch über Wasser machen. Was muss ich denn da reinschmeißen, um das einzuschmelzen? Ich habe jetzt probiert, Teer, Stahlfeuer. Dem ich einfach die Brücke, die man oben laufen kann, einfach genau da drunter jetzt irgendwo geschwommen. Noch ein Stückchen an Land und ein bisschen nach rechts und jetzt kann man oben auch machen, in dem Sinne. Ich habe schwarzes Eisen, äh, schwarzes Eisen anstücken. Versuchen wir das dann mal. Hast du zurückgeschwommen oder kannst du da irgendwo hochgehen? Nee, da kommt ein Problem durch. Kannst du, dass man das braucht zum Einschmelzen? Okay. Möglich wär's. Dann warte ich hier. Das klingt jetzt ja abenteuerlich. Ja, gut. Mal probieren. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch reinstopfen soll. Langsam. Meine Genossen. Gesundheit, halt, halt. Danke, danke. Ach, da bist du. Ja, an der Seite. Ja, ja. Ob wir das überleben? Ach so, da ist, ist jetzt ein, ein Bosskampf oder was? Was macht das da jetzt so? Na, wenn ihr da rein geht. In diese, in diesen Palast. Dann machen wir das mal alle, alle vier zusammen. Ja, oder wir legen da, ja, so ein Bettstadt, hätte ich beinahe gesagt, draußen hin. Ja. Dass man nicht so weit laufen muss. Rechts, links, keine Ahnung wo. Der schreit danach, hier killt zu werden. Ja. Du kommst da her. Tod ist er. Ja. Oh, so ein Grüner da hinten. Ein Grüner? Rechts da. So ein Grüner Tweety. Ah, für diese schwarze Legion brauchen wir schwarzes Eis. Gut, dass du welches dabei hast. Da geht auch eine Treppe hoch, da hinten ist das auch so ein Eingang. Ah, süß. Gucken. Warten wir es ja doch für was. Hier, links. Äh. Was ist denn da näher von meiner Base? Steht noch. Okay. Ein großer und ein kleiner Affe. Ich komm mal zu euch. Nee, dann gehen wir erst mal noch da oben, oder? Wo bist du jetzt auch da? Jetzt haben wir noch einen Koch. Ach, gleich zwei hier wieder. Au. Obwohl ich hab ja eh nichts anstecken, was... Ach, egal. Ich komm zu euch. Vor der Sicht, da kommt noch ein Dritter. Es fehlt noch ein Fünfter. Wie war denn das mit dem Ausweichen? Alt. Alt war das, ne? Warum kann ich... Oh, hier kann ich mehr zuhauen. Ich hab irgendein Problem. Steck mal die Waffe weg und nimm sie wieder raus. Ja. Hab's. Tot ist er. So. Nein. Gehen wir jetzt mal hier links hoch und dann die Großen. Ich hab F gedrückt. Ah. Der Erste. Sagst du doch vorhin nicht F drücken. Ja, vorhin. Danke. Der war noch nicht in der Base? Nee. Genau. Ich war nicht da. Ich hab's auch gelb scharf, dass ich da bin. Wir hatten ja schon Erbsidien geholt, stimmt. Das war ja auf dem Vulkan. Ja, da waren wir ja letztens Vulkan. Hm. Stimmt. Hm. Nix da. Nö. So, dann gehen wir mal hier kurz gucken. Ob keiner kommt. Kommt keiner. Es gibt's hier Schönes. Ganz viele Treppen und Runterfallgefahr. Und da eins, zwei, drei von den kleinen Mistwächern wieder. Mhm. Von den Mistwächern gibt's hier immer viele. Hm. Und hier geht's auch nur runterfalle, falle. Nein, 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 nein. So. Und hier auch, ja? Ja, hier ist nur Treppen. Das bleibt da. Blut können wir noch los. Dann gehen wir mal gucken. Oh, das. Das ist nur einer. Den kriegen wir platt. Gibt's XRP. Ich hab mal meine Valnir-Kleidung da in die Werkbank, in die Rüstungsdings gemacht. Kannst du die reparieren? Mhm. Da bin ich zu doof dazu. Oh, oh. Ich glaub, wenn wir wieder zu Hause sind, muss ich meine Rüstung reparieren lassen. Oh, da sind noch zwei, drei. Oh, einer kommt. Wollte nicht. Der will sich nicht wo. Gut. Der ist wieder zurückgelaufen. Wo gehen wir jetzt hin? Hier ist wohl auch nichts mehr. Ist da noch was? Nö. Nö. Boah, mickrig. Schaut besser aus. Na, dann die hier, oder? Na ja. Na ja. Hallo. Hallo. Ähm, Wallhardt, ich schmeiß dein ganzes Zeug in dein Zimmer in die Kiste. Ja, das ist wunderbar. Oh, hatten wir schon immer hier oben Gelände? Ne, die hab ich, äh, die letzte, äh, beim letzten Mal hier in die Stufe aufgestiegen. So, achso, da hinten ist noch einer. 63, 73. Mädel, beweg dich doch mal hier. Zwei Manifestationen, dann könnte ich mein Tempel aufwerden. Also ich brauche immer noch Insekten. Na, die haue ich dir schon immer fleißig rein. Genau, ich brauche immer mehr, immer mehr. So, das Sternenmetall hatte ich hier hinten in diese Forge vorgesehen. In die, sogar in die große Superforge. Deswegen hätte ich gedacht, eventuell, dass es nur da drin geht mit Einschmelzen. Da hinten leuchtet's lila in den Tempeln. Wallhardt. Ja, hier auch, hier auch. Achso, für mich ist... Okay. Das wird dunkel. Richtig. Und dann ist das wahrscheinlich die... Der Mond oder die Sonne auf einer Seite. Was ist denn das Herz der Sippengeisel? Ist repariert. Ist nur jetzt, weil er dachte. Weißt du, was das Herz der Sippengeisel ist? Im Doppel, willst du jetzt nach Hause? Nö. Ja, so ruhig, doch da. Ja, ja. Juro, juro. Nee, da tut sich auch noch nix. Ich geb mal nen Wolf bei euch ran. Hm. Also schmelzt immer noch nix ein. Und jetzt mal nur Schwefel reinhau. Schwefel musst du reinhauen. Schwefel. Schwefel. Für was? Schwarzes Eis und Schwefel. Und dann gibt's? Sternmetall Barren. Ich glaub, wir sind verkehrt. Und wir brauchen pro Barren einmal schwarzes Eis. Also brauchen wir tonnenweise schwarzes Eis. Dann lass uns hier warten, bis es wieder hell wird, Walat. Um am Lagerfeuer hinsetzen. Gut ist. Also wissen wir, was wir als nächstes tun dürfen, Foxy? Hm. Juhee. 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 Diese Freunde. Gut, ich laufe mit dem nächsten Mal nach Hause. Schau. Achso, er drückt. Übernacht heute mal wieder reinzulöchern. Mal wieder. Hast du schon lang nicht mehr drin geschlafen? Ja. Entspannend. Gibt's eigentlich noch Tiere, die aktuell? Ich mein Wohnen grad ran. Ja, genau. Also hinten ist noch bei mir der grün Schnabel und die Spinne. Wenn du eine V drückst, siehst du... Ja, dann kann ich mich selber sehen. Oder uns beide. Aber leider kann ich ja keine Screenshots machen. Das wunst ja nicht. Man kann sich so hier so umhäkeln. Hm. 75, da brauchen wir noch ordentlich was. Fällt grad auf in unsere Base. Wir haben noch keinen Jog-Tempel, oder? Kann das sein? Ich hau auch einen Jog-Tempel an. Wir haben den alle gelernt, weil wir diesen Lerner gefunden hatten. Ja, stimmt. Aber ich seh keinen Tempel. Wolltest du sagen, Ballard? Ich war der Meinung, das war mal so, da brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir auch nicht. Aber haben... Kann man... Haben ist besser als brauchen, ne? Genau. Haben kann man ihn, ja. Zuwesand ist gerade bei dir, Oswald. Du wirst in die Erde gebackt, als würdest du laufen, aber die Hände noch hier halten. Jetzt, beim Sitzen. Der sieht aus. Wie bewegst du dich denn da? Keine Ahnung, ich hab versucht hier, äh... A, W, D, S, und so weiter. Ja. Können beide dasselbe. Ja, genau. Aber ich hab... Das sind die beiden in der Erde bei dir. Ja, aber ich seh mich nicht, wie ich mich bewege. Ne, ne. Das seh ich nicht. Ich bin auch nicht bei denen. Ich will, ich, ich will das gar nicht sehen. So. Ne, ne. So. Ne? Ich wünsche euch viel Vergnügen dazu. die Moonwalk. Den Moonwalk machen wir mal wieder. Moo Moonwalk. Komm. Nimm ne Waffe einfach ne Hand, und dann ist gut, dann stehst du auf.